Am Dienstag kommt es bereits am Morgen zu leichten Schnee- und Regenschauern, die bis zur Mittagszeit andauern. Bei Werten zwischen 1 und 6 Grad ist die Sonne kaum zu sehen und die Wolken dominieren am Himmel. Auch die Nacht wird wolkig bei rund 2 Grad. Auch zur Wochenmitte muss tagsüber mit Regen gerechnet werden. In höheren Lagen kann es auch zu Schneefall kommen. Die erwartete Tageshöchsttemperatur liegt bei 4 Grad. Am Donnerstag wird es mit Werten zwischen minus 1 und plus 4 Grad etwas kälter und es ist erneut mit Regen und Schnee zu rechnen. Bei gleichbleibenden Temperaturen zeigt sich das Wetter am Freitag ähnlich wie am Vortag.